so aber was zu trinken immerhin warum sind hier so wenige mülldecke komm wir gehen mal hier entlang Apfelsamen hier oben ist keiner von den Mülleimern mit dem Mülldeckel so wie sieht es hier aus den haben wir schon so dann haben wir hier noch ein paar Tauben Samen der Rosabume so wie sieht es hier aus was zu essen ich glaube jetzt verschlingen wir erst einmal alles was wir finden ja nice gibt ja alles gesundheit so gesundheit gesundheit glühpils da wird gleich wieder hell boah alter wie viel Milch hier gibt es den brauchen wir nicht ich brauche Mülleimer mit Deckel auch kein Deckel da haben wir einen Deckel den ersten wenigstens Karl ja ich weiß den ersten haben wir fehlen noch fünf da sind welche so das heißt wir haben keine andere Wahl außer gegen die jetzt anzutreten so hier nochmal hier nochmal da haben wir jetzt die Hälfte fertig und was zu essen hier nochmal noch einen Mülleimer wäre schön wenn wir hier noch ein paar haben ne hier leider nicht Spielzeug wollen wir nicht haben gucken wir mal ob wir hier noch mehr finden waren ja vorhin hier hier haben wir nochmal ein paar Samen ach genau Talentpunkte so ne das brauchen wir nicht ah wir sind wieder bei uns hier da vorne sehe ich einen Mülleimer da vorne sehe ich einen Mülleimer ich hoffe der hat einen Deckel nein aber was zu futtern ne hier gehen wir lieber nicht hin wir brauchen ganz regulär ganz normal Mülleimer Deckel ach egal die brauchen wir nicht was denn das drachenhorn ok ok so wo gibt es noch mehr Mülleimer die Samen sammeln wir jetzt mal nicht ein aus dem Weg aus dem Weg so nochmal Milch hat der einen Deckel? kein Deckel kein Deckel wie sieht es da denn aus? äh ok dann machen wir das so komm so komm 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 15 schaffen wir doch oder? so so und hier zwei noch jetzt brauchen wir aber hier irgendwie ich hab ich hab die hoffnung gibt es auch noch mülldeckel auch kein mülldeckel warum die keinen mülldeckel allesamt wir machen wieder so dass auch kein mülldeckel hier bei dem also der ist nicht mehr da mülldeckel der hat mülldecke da sind zwei mülldeckel hey mein mülldeckel klappe ouch da muss es hier bestimmt noch einer geben nee kein mülldeckel nein die lasse ich mal hier sind auch keine die mülldecke kann ich nicht mitnehmen schade alternat ne der keins sah aber kurz so aus wie lange sind wir jetzt hier auf der suche nach nach dem letzten mülldeckel oder wie viel haben wir wir haben fünf wir brauchen sechs wir brauchen sechs mülldeckel sind wir wieder hier wie sieht es hier aus bitte habt er ein aber wenigstens was zu essen sooo und hier nochmal wir sind jetzt bei der taubendame gucken wir mal da hinten in der hoffnung wir sind jetzt wirklich seit seit einer halben stunde oder so mülldeckel besuchen vielleicht gibt es hier irgendwo ein welchen gegenstand kann er nicht aufnehmen ich will doch nicht dass er die dinge aufnimmt aber ja okay wir können eigentlich schon mal einen turm bauen dann können wir gleich im nick in irgendeiner der anderen basen so die die nächste deckel da haben wir sogar einen wenigstens ja wir haben es auf zur nächsten basis wo führt denn eigentlich der weg hin ok raus können wir nicht ah wir haben hier was gefunden so weißt du was wir jetzt machen wir machen top nido oh und dann hier der churikane so ach alle erledigt nice können wir denchen jetzt erlernen geil dann fehlen uns nur noch zwei so einmal kurz auf die map dann haben wir hier eine und hier noch mal eine ja wir gehen dann zuerst hier hin so kurz überlegen genau hier hier rüber genau dann können wir hier hoch und dann auf unserer unserer hauptbasis den zweiten bauen so der war hier so und nochmal auf der map gehen wir dann hier hin so und hier rüber am besten glaube ich darum da macht es am meisten Sinn aua ach da ist es schon so dann können wir hier die treppe hoch so und dann warte auf ein signal zum abfangen ähm muss ich ein bisschen durch die stadtchen düsen oder wie wir fahren mal lieber in richtung unserer hauptbasis mit karlchen dann soll denn der signal kommen so wo sind wir jetzt genau unsere base ist ja hier night tschüss ich finde das immer noch super geht das signal ding da bimmelt auf jeden fall was denn damit we've got something follow that signal pal ah ok 5 minuten habe ich jetzt dafür aus dem weg ah es ist hier äh jetzt hänge ich hier fest we're closing in on the signal it's a good moment to hide yo ich versteck mich mal hier i think this is the wrong way digga weg da digga weg da find some cover before they see you again gehen wir mal hier runter hier werden die mädchen sehen don't let them see you don't let them see you he can't go far he's not here i'm calling up ok what do we say to the police not today yo genau das sagen wir denen immer also hier muss das irgendwo sein ok carl ich brauch dich es ist hier irgendwo ja dann hier Okay, okay. Receiving. Decrypting. Damn! Das Signal wurde irgendwo anders. Let's get moving! Oh. Okay. Auf ins nächste Gebiet. Das Signal wird stärker. Jo, alles klar. Oh, toll. Hämmer die Polizei. Ähm. Muss also key irgendwo sein. Nein, da kommen wir nicht hoch. Okay. Carl? So, sag an. Wohin? Ach. Immer noch da hinten. Oh, toll. So, hier rein. Hammer gefunden. Okay. I'm connected again. So, dann machen wir den hier. Reden sind direktzeitig. Jo, alles klar. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin dabei. Ja, wir müssen... Ach, toll. So, dann machen wir den hier wieder weg. Carl, ich brauch den wieder. Wo ist denn der Signal? Wo ist denn der Signal? Anderthalb Minuten noch. Das müssen wir jetzt schaffen. Ja, 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 bitte. Jetzt schneller. Da war's, da war's, da war's. Wir sind in der Nähe. Ist das hier? Was muss hier sein? Ja, da haben wir's. Carl, hier. Carl! Bewege dich, Carl! Hier ist es doch! Geh den anderen Weg, Carl! Carl, da steckst du fest! Toll. Die Quest ist gescheitert. Super. Alter, weil der jetzt hier feststeckt. Ja, dann geh da rum! Geh da rum, Carl! Ja, du steckst... Ja, bin ich auch. Dankeschön. Arschloch. So. Ja, steck da fest. Jetzt bin ich echt sauer auf Carl. So, dann würde ich sagen... ...um ein bisschen... ...abzuregen, äh... ...mache ich mal ein kleines Päuschen. Dann wäre ich gleich wieder da. Und bis gleich. Was ist immer mit OBS los in letzter Zeit? Und wo ist Carl? Egal, dann pennen wir hier. Zwei Stunden mal. Carl geht mir so auf den Nerv. Ja, Carl, komm her! Wo bist du? Er ist immer noch da hinten. Warum ist er immer noch da hinten? Und warum steckt er da fest? Muss ich jetzt das Spiel einmal kurz beenden... ...und dann wieder starten? Oder jetzt? Der steckt da wirklich fest. Der hat sich da festgebackt. Der hat sich hier festgebackt. Ja, dann würde ich einmal ganz kurz... ...hier... ...ach ne, das... ...ist doch nicht sein Ernst. Ja, komm da raus! Alter, ne. Carl? Ah, warum muss er da jetzt feststecken? Ausgerechnet jetzt? Immerhin wissen wir, wo die Dinger sind. So. Dann ist die Zeit abgelaufen. Dann ist die Zeit abgelaufen. Ne, doch nicht. Aber das mit Carl geht mir gerade richtig auf den Nerv, dass er sich da jetzt festgebackt haben muss. Komm, die verprügeln wir jetzt. So. Äh, gibt's hier nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen? Ja. Okay. So, ich will jetzt, dass Carl wiederkommt. Dass er da nicht feststeckt. Yo. So, dann haben wir den gerettet. Aber ich will jetzt wirklich, dass Carl da wieder rauskommt. Kann ich auch nicht machen. Kann ich irgendwas machen? Irgendwas muss man doch machen können, dass Carl da jetzt rauskommt. Der steckt da jetzt fest. Wieso hat er sich jetzt festgebackt? Oh, da muss ich einmal so drauf gehen. Mich verprügeln lassen. Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus. Jetzt müssen wir nur warten, um das Signal zu kommen. Carl, nein. Carl, hör auf. Dann weißt du was? Wir machen einmal so. Jetzt müssen wir nur warten, um das Signal zu kommen. Ja, endlich. Okay, dann machen wir jetzt mit Carl ein bisschen vorsichtiger. Der erste war ja hier irgendwo bei dem hier. Meine ich. Gehen wir mal gleich da hin. Achso, hier erstmal was zu essen. Jo, dankeschön. So, dann passen wir jetzt ein bisschen mehr auf. Aber wenigstens haben wir es jetzt geschafft, so vielleicht rauszukommen. Also, nicht vielleicht, aber so rauszukommen aus dem Mist. So, dann machen wir es jetzt nicht mehr auf. Oh yeah! Oh yeah! Oof! Oh my god! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.